Und damit willkommen zurück zu 8-Bit-Horz im Live-Let's-Play, die vorletzte Folge. Der Tod von oben. Die Todgeschworenen haben endlich erkannt, wer uns anführt und dass wir unsere Wiedervereinigung unter ihrem Befehl praktisch abgeschlossen haben. Sie versammeln eine riesige Streitmacht, um unsere Stellung anzugreifen, darunter viele Ballons und Drachen. Wir müssen uns hier versammeln, sobald wir sie besiegt haben, können wir ihr endgültiges Ziel herausfinden. Oh. Ja, die Adler-Auge. Ja, gut. Es ist ein müßlichen Adler am Zielort frei, der ein Gebiet aufklärt. Ja, das haben wir schon sehr oft gesehen. Jetzt fiet das Auge, bloß halt mit Adlern. Verteidigen Sie sich 20 Minuten. Zerstören Sie alle vier Toten. Okay. Och, 15 Minuten. Okay. Bisschen Zeitdruck. Aber wir müssen uns 20 Minuten lang verteidigen. Das heißt, wird schon schiefgehen. Wer da. Wie soll das gehen? Schließen Sie Bronze und Silber in 15 Minuten ab, aber es sind... Hä? Okay. Äh. Oh, wir haben Verbündete. Okay. Äh. So, das... Constructing. Farm complete. Äh. Aber die Dinger, ja, die Ballisten haben wir immer nicht freigeschaltet. Das schade ist. Hiho. Sorcerer's Tower complete. Ich glaube, komplett unsere Seite ist friedlich. Oder die die Verteidigung oft zu anderen Seiten haben. Ja, ich will auch von der linken Seite zuerst angreifen. Ja, ja, gleich. Ja, ich will auch von der linken Seite zuerst angreifen. Ja, ich will auch von der linken Seite zuerst angreifen. Wie soll ich stoppen? Wie soll ich stoppen? Ich weiß es nicht, wie stoppt man denn? Komm in meine Schuhe. Produktion ist haltbar. Build mehr Farms. Du bist nicht witzig. Farm complete. Auf die nächste Runde. Voraussetzungen. Konstructing. Oh Gott, das sind... Okay, das sind einiges. Äh... Das wird lustig. Katapulte. Dann sollte ich vielleicht auf Luftheinheiten übergehen. Haben die Luftaue... Ja, türe dich die eine... Äh... Die Schamane Aber es ist okay Mehr Farben Habe ich schon mal gesagt, dass ich Musik mag? Ich mag die Musik Ich mag die Musik Ich mag die Musik Komplettes Auslöschen Einfach Achso die sind Ja gut Nicht ganz so schlau, aber dafür haben sie das schon mal aufgeräumt, das ist okay Äh Warte mal was Red Player Okay Auf meine Weg Ich bin auf deiner Seite Was haben wir denn hier? Oh Oh Wilds erwartet Ja, 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 nett Äh Ach komm Weiter die Oh nein, komm doch, wir machen Luftanhalten Konstruktion Schau Nicht Ganz schön Spire, complete Konstruktion So. Luft-elementare Wetter. Danke. Der Turm muss mal weg. Äh, ich wollte gerade fragen, ob ich immer noch welche habe. Oh Gott. Ja, äh, ein paar zu viele dort. Nächster rotes Spiel ausgelöscht. Sehr schön. I hear the call. On to the next room. I am going to be rushed. Spire complete. I don't get there. Up, 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 up. Immer mehr. Alles vernichten. Konstruktion. Ist, ja, ein bisschen zeitlich, ein bisschen, ja, okay. Knackig, aber definitiv verschaffbar. Produktion haltet. Build more farms. Ja, ich bin schon dabei, farm zu bauen. Farm. Konstruktion. Aber warum das fünf rote Spieler sind? Hm. Wahrscheinlich einmal die Armeen hier, weil sie hier unten an den Aufgängen, ne? Und dann einmal die, halt eben die Basen. Also wenn ich jetzt theoretisch die Armeen hier vernichte, die und die, müsste entweder Sokel oder Jirag weg sein. Wenn ich nicht falsch liege, ne? Na? Ne? Okay. Dann lade ich falsch. Na komm. Weg mit dem Gebäude hier. Produktion haltet. Build more farms. Und Eis abgeschlossen. Sehr schön. Mission complete. Sehr schön. Tod von oben abgeschlossen. Dann dann auf zu Eis und Feuer, ne? Die Mission kennen wir. Die Map. Nur diesmal andersrum. Die Todgeschworenen wurden zu einer befestigten Stelle zurückgeschlagen. Die Hexer haben massive Mana-Kristallleiter in der Gegend gespürt. Die riesige Mengen an amerikischer Energie kanalisieren. Sie müssen eine Armee anführen und die Mana-Kristalle zerstören. In der Gegend sollen sich Phönixnäste befinden. Wenn wir die Macht vernichten, werden die Phönixe uns vielleicht helfen. Wir schalten... Uh, den heiligen Speer. Kennen wir ja. Dem Ziel gibt er Explodierung und geringen Schaden zufügt. Er hinterlässt ein gesegnetes Feld auf dem Boden. Gegner in den Gebiet erhalten Zeitschaden. Aber Verbündete... Er kriegen... Oh. Werden geheilt oder machen mehr Schaden. Okay. Luftanerheit. Feuerwelle auf Boden und Luftziele, die bei Kontakt explodieren. Also A-O-E-Schaden machen die aber trotzdem nicht. Weil ich es mitbekommen habe. Sehr schön. Na dann. Ja genau. Die haben nur das hier. Okay. Hier wieder sehr, sehr viele Lohren bauen können. Komm. Korn, Korn ist total. Äh... C... T und Y. Ah es funktioniert! Produktion ist verhindert. Verwalt mehr Farben. Verwalt. Die Reinen dürfen nicht von Blizzards zerstört werden. Oh mein Gott. Ok. Warum ist es so sehr? Das Problem werden Luft-Einheiten sein. Schöne mir ein Ziel. Willst du mich fliegen? Farbe, komplett. Was soll ich dagegen denn machen? Kann ich ja nichts machen. Nochmal gucken. Ähm... Ich hole dich, wenn ich ganz viele von denen habe und dann halt schnell rein, raus. Ah. Wird auch funktionieren können. Okay. Die Hütte dazwischen. Okay. Dort und dort. Die Mana-Kristalle, die drei Stück. Keine Einheiten. Das ist schon echt heftig. Spire, komplett. Wenn sie dir das einsetzen, wenn ich eine leeren Basis bin und dann... ...eine... ...eineheiten so oder so die ganze Zeit angreifen. Äh... Eih... Eih... Oh, einfach mal nicht, dass das passiert. Was ist was? Die Säure ist weg. Die Karte ist halb empty. Hi! Geht mal hier hin. Also warte ich ihn jetzt ab. Du hast mich zumut. Ich fliebe. Okay, ach das schon wieder, die setzen es erst, ach Gott. Ich höre den Lถ. Auf die Weg. Ich muss aber so lange die jetzt nur da oben bleiben, na? Nein 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 nein. Wir gehen mal ein bis hin weiter zurück. Wie immer, meine zwei? Konstruktion. Ey, was soll das? So, die geht mal. Genau. Gummert sich mal hier drum. So, weg mit dem Turm. Wieder zurück und wieder immer schön rauskiten. Ja, okay. Und weg damit. Ah, da ist noch ein Turm. Weg mit dem. Ne, die haben so das Eis mehr an der Grenze. Die ganze Verteidigung anscheinend. Oh, die Wunschung ist wieder abgewehrt. Das ist so nervig. Ah, die können auch nichts machen. So, zeitlich. Sehe ich jetzt erst. Ich mag den Wind. Ich habe nur gefühlt. Der Turm geht. Ja, kommt mal zurück. Lasst euch mal heilen. Weiß ich nicht. Weiß kann. Die Wunschung ist komplett. Konstruktion. Ah Gott, wir haben noch über sieben Minuten. Und bis jetzt macht der Gegner noch nicht so viel. Das ist so schön, dass sie nichts machen können. Oh Gott, ja. Das ist so schön. Okay. Da wollen sie es aber jetzt wissen. Produktion geholfen. Verwalt mehr Farben. Konstruktion. Ich bin verletzt. Das macht mich echt nervös. Ich bin verletzt. Der Sturm geht. Ich bin verletzt. Das war's. Ich bin verletzt. Der Sturm geht. Dann war's. Und Klaus hat mich. Ich bin ein Kopf. Ich bin ein Kopf. Ich bin eingelębaut. Ich bin ein Kopf. Oh mein Gott Okay Sie haben es eingesetzt Aber sie haben keine Einladen zerstört von mir Da habe ich jetzt noch mal Schwein gehabt Dann einfach rein Ja, greif Gebäude anstatt dass Katapult da ist, ok Ja, wir schaffen das jetzt alles zu zerstören Oh Gott, so viele Türme Okay, Thomas, hier kommen wir nicht mal da unten Wenn du schon direkt da seid Na dann weg damit Da hatte ich wirklich Angst Da hatte ich wirklich Angst um meine Armee Die ganze Zeit Also um die, ne, um das so hier Gut Dann war es das mit der Mission Vielen Dank fürs Zusehen Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da Wir hören uns beim Schlüsselloch in der nächsten Folge wieder Bis dahin Chirio Bis dahin Hello Ladies oh Bye 에